Oh, aber die ist geil! Oh mein Gott! Was? Der Ball? LOL! Ja! Oh mein Gott, let's go! Creator Code? Jo, Jonas. Hey Leute, es geht heute weiter mit unserer Lieblingsserie, dass ich eure Decks spielen muss. Das heißt, ich muss die Decks von Zuschauern spielen und heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir haben ein großes Update und haben direkt hier 5 neue Gegenstände, unter anderem Giftwolken, Heilfelder oder eben Stacheln und dazu haben wir noch weitere Sachen, die wir jetzt einstellen können. Denn dazu haben wir jetzt die neuen Modifikatoren, die können wir eben anschalten und können so Energydrinks erscheinen lassen. Roboter, wir haben Meteoren, Fritosweit, Superaufladung und schnellere Brawler. Können wir alles einschalten, also werden auf jeden Fall ziemlich verrückte und krasse Runden werden. Und ich bin gespannt, was wir jetzt wieder von euch sehen werden, was ihr gebaut habt. Könnt also auf jeden Fall jetzt gespannt sein und ich würde sagen, wir legen los und euch wie immer viel Spaß mit den Highlights. Let's go! Sprout? 5 Uhr ist es 5? LOL! Was ist das denn? LOL, das ist alles so eine Sprout-Map. Okay, am besten alle Sprout wählen, wenn es geht. Ich meine, da werden sich eh ein paar wahrscheinlich nicht dran halten, aber egal. Okay, erste Runde. Sprout 5 vs. 5. Ich glaube, wir müssen jetzt die anderen so angreifen, ne? Oder nicht? Ich glaube schon. Ey, 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 ey! Mach jetzt hier keinen Ärger. So, zack. Die anderen. Die greifen sich alle gegenseitig an. Also eigentlich ist die Web, glaube ich, dazu da, dass wir die anderen da drüben angreifen. Einer hat einfach deine Mike gewählt. Let's go! Okay, die greifen sich eh gegenseitig. Ich greife dich nicht aus. Aber mal ankommen, ist mir jetzt egal. Let's go! Dann sind die beiden schon mal down. Let's go! Nein, ich bin auch gestorben! Ich bin übel dumm da reingelaufen. Rip! Okay, nächste Runde. Wieder 5 vs. 5. Wehe, die machen das nicht gescheit, die Runde. So, ich gehe direkt hier an die Front. Oh, einer ist gestorben da drüben. Nicht gut. Da ist direkt einer gestorben. Au! Ey! Der checkt das nicht! Hör auf mich anzugreifen, das ist nicht der Sinn, der Map. Ich muss den rausnehmen. Danke. Let's go! Oh nein, ich würde sterben. Nein! Nein! Oh mein Gott! Okay, die haben uns richtig nass gemacht da drüben. Oh, aber die ist geil! Oh mein Gott! Okay, ich nehme sie trotzdem. Wie geil sieht die Map aus? Sieht aus wie so aus einem anderen Universum. Oh, äh, WTF? Okay, das wird richtig krass werden. Okay, das sind überall so Poison schon. Oh, die Stacheln! Der ja. Okay, die Map ist ja übel krass. Sie heißt der Greis. Ah, wir können aber hier schneller laufen. Das ist ja übel heftig, was für Möglichkeiten es auch gibt. Ah, in der Mitte waren, glaube ich, Cubes. Mist. Ich glaube, ich bin zu spät. Oh mein Gott, das ist Brawl... Es fühlt sich an wie, keine Ahnung, wie eine andere Version von Brawl Stars. Hä? Oh, da waren echt Cubes, da müssen wir aufpassen. Okay, wir gehen wieder auf die Felder. Das fühlt sich komplett crazy an, gerade, das zu spielen. Jetzt können wir hier ziemlich schnell ranlaufen, das ist gut. Lol. Wir müssen irgendwie in die Mitte jetzt reinkommen, stimmt. Der Poison kommt, glaube ich, mit außen. Oh nein, es geht noch. Zack. 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 Haben wir. Das ist ja übelgeil. Ich will eine Lache. Ah, ah. Achso, die können auch den Schatten... Ah, die Schatten sind super smart gewesen. Au. Nein, 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 nein. Jetzt rein. Oh nein, das ist ein Kohl. Au. Schild. Ich will nicht verlieren. Lol, wir haben gewonnen. Was ist das für eine Map gewesen? Okay, dies. Also sowas habe ich mir halt erhofft, ne? Seht euch das an. Was ist das denn? Krass. Also da bereits hast du echt gut überzeugend. Also das sieht übel krass auch aus. Also genau sowas will ich halt sehen. Dass man wirklich mal sehen kann, was ist möglich mit den neuen Gegenständen. Und mit den neuen Items und so weiter. Da hat man es gerade eben schon mal gesehen. Das ist ja ultra heftig gewesen, die Map. Wir sind übrigens auch schneller schon automatisch eingestellt, ne? Sehe ich gerade. Wie komme ich in die Mitte? Helft mir. Wie komme ich in die Mitte? Au. Ich bin tot. Ich bin aber Top 4 gewesen. Wie komme ich in die Mitte rein? Das habe ich jetzt gerade nicht gecheckt. Komme ich gar nicht in die Mitte rein? Ich muss es gleich nochmal anschauen. Oh, lol, er hat noch so eine Map. Junge, Samurai. Was hast du da gebaut? Das waren drei Maps sogar. Das waren verschiedene Maps. Habe ich gar nicht gecheckt. Oh nein, das ist jetzt dumm für uns. Okay, wir kommen jetzt hier weiter. Was ist das denn jetzt? Oh mein Gott. Das ist ja mega cool. Die Maps sind absolut geil. Lol, der Bär hängt. Oh, da komme ich. Nein, 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 weg, 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 weg. Der Bär. Oh mein Gott, ich bin dumm. Lol, wie auf die Stachen die ganze Zeit rennt. Wie er Angst hat. Was ist das denn? Wieso kriege ich denn hier keinen Schaden vom Poison? Oh, die Tara ist da noch. Oh mein Gott. Das fühlt sich an wie so ein völlig anderes Spiel, ne? Lol, da sind ganz viele. Kann ich da ran? Nee, oder? Ich glaube nicht. Oh nein, ich kriege Schaden vom Poison. Ich kriege jetzt verkackt. Schnell! Heal. Oh, das ist ja total schwer. Ja, ich glaube, alle sind völlig überfordert von der Map. Irgendwie. Oh, das ist ein Pull. Ja, komm, also das Brawl ist einfach crasht. Ganz mieses Teil. Oh wie, jetzt will ich den Bot übernehmen? Ich bin jetzt bestimmt tot, oder? Wie? Wie habe ich noch? Was hat der Bot bitte gemacht? Egal, ich habe einen Kill. Alles cool, ich habe einen Kill. Was hat der Bot gemacht in der Zeit? Ich will es gar nicht wissen. Oh mein Gott. Was ist das denn jetzt? Er ist tot. Showdown. Was ist das denn? Oh mein Gott. Okay, das ist schon sehr, sehr wild. Diese Stacheln sind auch krass. Oh mein Gott. Zack, Ult. Nicht getroffen. Nochmal Ult. Nicht getroffen. Jetzt, ich habe gewonnen. Wie geil sind die Maps. Da müssen wir noch eine Runde machen aus Ausnahme. Die sind echt gut. LOL. Okay. Sind neue Gegenstände drin? Ich glaube nicht. Egal. Die sieht aber cool aus. Aber Leute, ihr müsst... Es sollen neue Gegenstände da eigentlich drin sein. Aber wir machen es trotzdem, weil die Maps sieht echt mega cool aus. Let's go. Oh, lol. Wir haben... Lol. Let's go. Das ist nice. Es sind zwar keine neuen Gegenstände jetzt drin. Aber die Map ist mega cool. Es ist so eine Panda-Map, die einfach gebaut wurde. Mit dem Boxer. Die Schatten. Muss immer nur eine Tara sein. Okay, wir haben drei Cubes. Das ist ein anderer Boxer. Au. Lott. Wapsen. Au. Weg. Oh. Oh mein Gott. Das ist halt schief. Ah. Oh, lass mich in Ruhe ehren, Mann. Oh mein Gott, wie ich rumschreie. Okay, das war gut. Das war doch ziemlich glücklich. Ich hätte auch schief gehen können. Ich kann jetzt aber nicht mit dem Team. Das geht nicht. Das hätte mich schon killen dürfen. Ich kann jetzt aber nicht anfangen zu teamen. Das wäre Hasi. Ey. Achso. Das ist eh easy. Hä? Jetzt hat man mich so angreift. Lost. Seid ihr tot. Oh, die Fighten da oben ist gut. Ah, okay. Reicht nicht. Ah, ich habe halt noch vier Cubes. Das ist ein Top 3. Das ist solid. Oh. Oh. Lol. Voll gut. Oha, ich kann es gewinnen. Ey, ich sage nicht, der Boxer gilt als der beste Brawler aktuell, haben man schon gesagt. Zu den Balance-Aurnährungen. Ich wollte es erst nicht glauben, aber ich habe jetzt den Boxer mehrfach probiert. Ey, die Karte ist ja echt völlig... Ey, die Karte sage ich schon, das bin ich wieder in Clash Royale. Der Brawler ist ja echt völlig broken BTF. Ups. War das eine schlechte Ult. Oh, ich habe verloren. Bin ich schlecht. Oh mein Gott. Ja, super gespielt auf jeden Fall von mir. GG. Es soll jetzt einen Clitch geben. Ich weiß halt jetzt nicht was. Der Text hört es leider halt aus. Oder ist der Clitch jetzt, dass wir kein Tor schießen können? Ach, das soll der Clitch sein, dass die Torreds zu sind? Hä? Oh mein Gott. Okay, das ist halt schon ein bisschen dumm. Was? Der Ball? LOL. LOL. Was ist jetzt los? Hä? Okay, was ist das denn? Wie komme ich denn... LOL. Okay, er hat recht. Das ist echt krass. Hä? LOL. Wer hat ein Tor geschossen? Ist es doch zu? LOL. Ha. Wir haben mir gerade ein Tor geschossen. Ich muss mir die Wiederholung gleich mal anschauen. LOL. Was? Er schießt am Tor vorbei. Der ist drin. Lass mich testen. Ey. Ich will testen. Tor. Was ist das? Wie geil es aussieht. Wir können auch mitten am Tor. Wir können auch gerade noch mal vorbeilaufen. Das sieht dann so aus. Die lenken sich aber... Timmons denken sich auch. Jonas, kann es uns vielleicht auch mal helfen? Und ich denke mir so... Oh, toll. Ich kann in die Ecken laufen. Jetzt hier. Gönn mal ein Tor. Nice. Gönn Tor. Ey. Ich will ein Tor mal machen. Danke. So, passt auf. LOL. Okay, das ist dann mega cool. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Richtig geil. Okay. Sehr geiler Bug. Sehr geiler Klitsch. Auf jeden Fall habe ich so noch nie gesehen. Hä? Was ist das denn jetzt? LOL. Nee. Hat nicht geklappt. So. LOL. Okay, so eine Art. Ja, ja, ja. Aber es sieht... Oh mein Gott. Es sieht schon trotzdem krass aus. Jetzt. Ja. Oh mein Gott. Let's go. Ah. Kurz nur. Schade. Ja. Guck mal. Sieht schon wild aus, oder? Also wir haben es schon... Sieht schon cool aus. Seid ehrlich. Sieht schon cool aus. Was haben wir denn? Ja, ja. Die finde ich cool. Guck mal. Die sieht so richtig krass aus. Okay. Nächste Map. Wir haben Mordis. Oh, wir haben Teleport. Ich glaube, wir nutzen den besser, oder? Hoffentlich. Oh, da geht ich hier hin. Okay. Ich gehe mal weg hier. Oh, das sind Kisten. Noin. Nein. Egal. Egal. Die Kisten. Oh, also die Stachen. Also ich teame nicht. Nur nur was Info. Weil es wichtig ist, dass es ein bisschen assi aussah. Okay. Nein. Oh. Entkommen. Oh, diese Verlangsamung ist so unangenehm. Ah, ich weiß nicht, ob die Mitte so schlau ist. Diese Stacheln überall auch. Ah, Panuki. Oh, nein. Das war's für dich, glaube ich. Oh. Das ist anstrengend. Oh, mein Gott. Bin ich dumm. Man muss echt klarkommen erst mal auf die ganzen Sachen, ne? Das ist echt krass. Soll ich hier hinfüllen, in die Mitte mal? Let's go. Und diese Stacheln sind halt auch unfassbar nervig. Immer in die Mitte. Ey. Lol. Wie ist das denn noch gerollt? Oh, mein Gott. Ich bin so dumm. Was? Ich bin ja so dumm. Was mache ich da? Au. Oh, ist das wehgetan. Okay, auf geht's. Matske noch bereit. Und ist es eine andere Map, oder? Doch. Nee. Ich glaube nicht. Ah, Panuki macht erst mal hier den Teleporter. Okay. Wir gehen mal auf den... Ey, jetzt sind wir beide. Wir gehen auf den gelben Teleporter. Wie komme ich denn an die Cubes da oben ran? Gar nicht. Ich bin dumm. Oh, ich wollte... Oh, wir haben noch eine andere Map. Run. Okay, die sieht auch cool aus. Weil wie die Maps aussehen ist krass. Muss wir jetzt rennen, oder wie? Oh, ich will erst mal jumpen. Jump, 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 jump. Ja, sehr gut. Run. Let's go. Für den Sieg. Für den Sieg. Ja, genau. Geht nicht mit. Sehr gut. Muss ich mich boxen. Ja, alles andere noch. Oh, ja. Pass auf. Nein, nicht so reinlaufen. Muss ich schon... Ja. Ja, ja, Kelly. Oh. Ich muss aber aufpassen jetzt. Weg. Oh, er hat mich auch weggebrochen. Weg. Lol. Oh. Das war gut, oder? Nein, 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 nein. Lol. Ich habe mich gewehrt. Oha. Da habe ich mich aber gut gewehrt. Au. Oh, nein. Oh, Gott, ich habe die Ult noch bereit. Wie man immer langsam und schnell ist, abwechselnd ist. Google Random. Au. Kacke. Hat es fünf? Lol, wir haben einen guten Spawn, habe ich direkt. Sehr gut. Das holen wir uns, das Ding. Lass direkt in die Mitte. Mitte? Ah, sorry, ich bin zu früh, egal. Ich lasse meine May direkt im Stich hier. Nein, meine May ist tot. Und ich kann nichts machen. Geile letzte Runde für heute, egal. Oh Mann, hätte besser laufen können. Egal, GG an alle Teilnehmer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Abo da lassen oder auch bei meinem E-Sports Team vorbeischauen. Dort kommen tägliche Brawl Stars Clips. Hier sind noch zwei weitere Video-Vorschläge. Schau gerne vorbei und schau. auch noch zu sehen. Schau gerne rein.